Jetzt habt ihr was falsch! Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 29. November 2021. Abdallah hatte heute seinen ersten Tag im Istanbul-Kindergarten. Abdallah hat schon immer davon geträumt, sein Leben nochmal ganz von vorn anzufangen. Dieser Traum ist heute mit der offiziellen Genehmigung des erneuten Kindergartenbesuchs in Erfüllung gegangen. Abdallah war zu Vorteil der Pfirsichgruppe, äußerte sich zur neuen Situation. Ich hoffe, dass ich viele Freundschaften schließen werde, er wirkte ziemlich aufgeregt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das nennt man dann wohl ein Wunder. Was soll denn jetzt die Aussage sein? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Krassomat Kids Kindergarten. Der 29. November war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Bye!